So, da sind wir wieder. Okay, du nimmst das Ding, du nimmst das Bike. Kannst du hier nicht auch einsteigen und meinen? Ne, ne? Mach mir mal eine Nebenmission. Mal gucken, mal eine Abzunebemission. Der Ritter auf der Shopper, Alter. Hier mit der Dampfwalze, Alter. Hilfe! Hilfe! Hast du Hilfe? Was macht da drinne? Komm, die ist gleich hier. Wir müssen mal auf die Karte gucken, weil... Ich hätte mich ja schon mal verfahren, die kriegen das ja hier. Willst du die retten oder was? Ja, die ist ja gleich hier. So, alle durch jetzt irgendwo. Ich hab keine Lust jetzt, wie alle Leute hier sind. So. Ich glaub, wir müssen uns sowieso nicht hier landen, weil ich hab's schon mal verfahren. Wir müssen hier unten bleiben. Den selben Weg, wie wir gekommen sind, wieder zurück. Wo kommst du jetzt? Ich weiß nicht, wie viel man hier töten muss von denen, ne? Ich hab' den Jungen gedacht, das geht schon. Ich hab' den Jungen gedacht, das geht schon. Wir halten dich nicht immer mit zum Graben, aber wir wollen jetzt die Haufen bekommen. Wir kommen da hier nie vor, ne? Ja, aber das gehört ja dazu vielleicht. Ich hab' die Hunderttausend Sachen machen, du kannst hunderttausend Aufräte sammeln. Wir sind alles neben Mission, so haben wir gesagt, wir wollen die Haufen Mission machen. Was ist noch... Was war das denn jetzt? Wir kommen hier wahrscheinlich wieder nicht durch. Bis wir da sind, ist das nur eine halbe Ewigkeit. Wie es dann auch irgendwelche anderen Sachen da macht, denn... Wer ist in einer halben Stunde da? So lange wollte ich hier eigentlich nicht jetzt hier... ...bütteln. Keine Ahnung, wo man denn ist. Wie kann mir jemand helfen? So... Hier durch? Ja... Ne... Das ist der falsche Weg, glaube ich. Wir sind schon in der richtigen Richtung gewesen und müssen den selben Weg wieder zurück übergekommen sind. Sonst verfährst du dich hier und... ...und... 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 ... Sek Senhor. So, ich glaube, wir müssen hier jetzt. Und los. Hier, glaube ich, ging es lang. Geh hier runter. Ja, hier ist richtig. Also mir nach, äh, weiß ich, wo es lang geht. Darum ist es auf jeden Fall falsch. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall zur Hauptmission hin. Wie ist das denn auch ab? Wie gesagt, da oben bist du falsch und musst hier zur Poco runter und dann hier rüber. Ja. Das ist doch eine Afrikadekunde, weiß ich nicht. Ich hoffe der Stormwreck, sonst war's das. Man, ist die Walze langsam, ey. Sie sind überall! Was ist jetzt? Oh ja, schon. Zurück oder was? Wo ist die verdammte Kanalisation? Was ist das? Das muss ich mal sehen. Oh Mann, ich hab keine Zeit. Oh, Alter, du Arschlauch. Ohne Waffe, ja, das ist ja wunderbar, Alter. Scheiße, Scheiße! Nein! Ohne Waffe. Alter. Ohne Waffe. Rester, schweb ich! Was? So, wir wollen ja schon weiter wickeln. So, wir wollen ja alle wieder aufstehen. So, ich glaube... Och! Was ist denn ausgeworfen? Scheiße, scheiße, scheiße! So, hier. Ach ja, es geht über den Friedhof. Ich weiß auch noch. Boah, ist irgendwas los, Alter. Das mir ich alles klackern. Schlagfest, Alter. Hier oben geht es, glaube ich, auf den Friedhof und dann kommt man da, wo du jetzt bist. Wie vielleicht da... Nee, wie der gerade geht. Durchs Feld durch, Alter. Hier müsste es eigentlich... ...aufgehen. Warte mal. Oh, da kannst du ja sogar noch... Oh, Arschloch. Mal sehen, ob ich hier reinkomme. Komm ich doch nicht rein, Alter. Wie bist du da reingekommen? Da hinten durch ein Tunnel da. Ja, der Tunnel jetzt. Ich weiß nicht, aber nicht mehr, wo der Tunnel ist, weil du nicht durch den Tunnel los bist. Von mir wird er nicht angezeigt. Wenn du in dem Haus bist, in dem Hinterhof, geht eine Treppe hoch. Ja, das, äh... Jetzt weiß ich selber nicht mehr, wo der ist. Das, äh, wird nicht einfach zu sein, das jetzt zu finden und hinter dir herzukommen. Jetzt renn mal wieder. Mal sehen, ob ich das schaffe. Nein, über den hier. Musst du das alles alleine abschießen? Nee, geht nicht. Was geht nicht? Geht nicht. Ja, das hab ich mir gedacht. Jede Scheiße, ey. Ich muss erst mal sehen, wo du langgekommen bist. Ich glaube, ich muss hier außen rum. Äh... Wird jetzt ein bisschen schwierig. Muss ich mein Bier lang. Jetzt kann ich auch zu dir spawnen. Das klingt wohl mir auch. Hier ist das Hotel. Bist du hinten ums Hotel rum, oder was? Ja, hintereingang halt. Ich komm mal wieder raus. Hier ist die Tür. Ich kann dich mal lauter machen. Ich kann dich fast gar nicht hören. Müsst du mich lauter stellen. Hier ist die Tür. Kann dich nicht lauter stellen, du kannst doch dich selber lauter stellen. Dann komm mal wieder zurück und zeig mir, wo der Eingang ist. Ich steh an der Tür. Direkt davor. Oh. Oh. Ja. Ich glaube, hier irgendwo ist das. Ja. Ja. Da riecht die Scheiße, Alter. das finde ich nicht kann ich jetzt nicht mehr finden kommen einfach zu mir ja leichter gedacht als gedacht hier kommt wieder zu mir halt hier nicht lang auch Da bist du zu dir gekommen, dann kannst du auch zu mir kommen. Du kennst den Weg ja schon. Du willst doch eher zu mir kommen, nicht zu dir. Ja, hier ist aber der Eingang. Dann weiß ich wieder nicht, wo der Eingang ist. So, da gibt es ja noch Snacks, Bier. Nee, das geht hier nicht rein. Verdammt nochmal, Alter. Du musst nicht ins Haus, bleib auf Straße. Geh mal hier hoch zu der Feuerwehr. Dann komm jetzt mal zu mir hier und du weißt doch, wo der lang geht. Und wenn du einmal da lang gelaufen bist, dann wirst du den Weg noch wieder finden. Ja, bist du denn auf der Autobahn oder was? Ja. Ja, fährst einfach weiter. Und dann geht es mal links durch so einen Tunnel durch. Ja. 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 Dann fährst einfach weiter runter und dann kommt links mal so ein Tunnel. Und dann fährst du durch. Ja. 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 Jetzt fährst du jetzt glaube ich links rein. Bin ich ja wieder beim Hotel, alter. Das wird so ewig nichts wenn du jetzt nicht zu mir kommst. Ja, fahr doch weiter! Ja, wie fahr weiter? Das wird so nix! Du kannst mir das nicht erklären! Da bist du doch! Komm mal hier rüber, auf der Straße! Du rennst doch hier rum! So! Ja! Hier unten durch, oder was? Ja! Hier! Hier geht's runden! Aha! Die ist hartnagelig! Das hätte ich ewig nicht gefunden! Hauptmissionen müssen wir weil zusammen starten! Da dürfen wir nicht, dass der eine schon losgeht und der andere nichts! Das dürfen wir nicht nochmal machen! So! Daher hoch! Ha! Jetzt geht es hier durch. Vorhin ging es natürlich einen Tick Wasser, weil da hatte ich... Jetzt weiß ich es nicht. Eiger! Ich bin schwer, aber ich weiß es nicht. Hitsch! Was ist denn so? So, hier ist der Krieghof. Oh, hier hat man eine bessere Waffe. Da kann man ein bisschen heilen hier. So. Da kann man eine Waffe suchen. Ach, eine Armeejacke und Hose. Ja, schick, Alter. Wo? Da drin? Die lag hier in der Ecke rum, ja. Hier links in der Ecke. Hier links, rechts. Hier links, hier. Ah, cool. Ja. Jetzt müsste ich nur noch den Helm irgendwie wieder wegkriegen. Ration, mal fressen hier. Na, ich brauche noch eine Ration. Ich bin immer noch nicht voll aufgetankt. Da muss ich auch noch ein bisschen essen. So, hier nicht. Ich brauche hier noch was zu essen. Hier ist nichts mehr zu essen. Was ist das denn hier? Ein Football? Ein Ruhigemesser? Das hier. Egal. Ich brauche nichts mehr. Ich komme auch so durch. Ach, hier müssen wir ja was für die Frau da oben machen, ne? Das ist eine Nebenmission. Die brauchen wir doch nicht machen. Aber wenn wir schon mal hier sind, sollten wir die eigentlich machen. Weil sonst... Ja, ich weiß bloß nicht was der hier noch machen soll. Ich habe vorhin schon ein bisschen hier rumgeschnetzelt. Ich habe das ja schon mal gemacht. Einen Moment. So. Da kann man aber falschen Knopf, ey. Oh Gott! Boilein! Was bist du da? Was machst du da? Ruhe! Der Todesengel verlangt es. Die Zombies anzubeten ist auf Dauer nicht gesund, oder? Sprich nicht über das, von dem du nicht verstehst. Diese Wesen haben uns den Tod gestohlen. So kann man es auch sehen. Darf ich ein paar für dich erledigen? Das bereitet mir immer viel Freude. ja gib dem Todesengel und du sollst belohnt werden Sanio Pral Qualate Blute sie über dem Siegel aus ha 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 naja aber ich weiß schon wie das weitergeht aber ach ne man kann hier nichts tun ist egal ich will es ja nicht verraten ich glaube die muss man hier reinlocken dass die da reinlaufen ich kreis auf dem Boden die darfst du nicht töten wir müssen hier irgendwie reinlaufen denn ja so muss das genau so ja so Laubbläser das wäre eine Kettensäge so da müssen wir mal sehen müssen wir sie hierher locken wo sind die aber sie sind hier mehr gewesen im letzten mal ich mach dich Platz ich mach dich Platz erstmal da hinten hin da wo die Zombies sind da hinten kann man zum Beispiel da hinten kann man zum Beispiel hier ist auch einer ich glaub einer reicht schon den lock ich mal hierher ich darf sie nicht die müssen nur hierher locken genau so jetzt können wir ihn gleich verpassen jawoll so hinten müsste das auch noch gut gehen so ja die kommen wunderbar da stehst du gut zack nicht geklappt jetzt aber auch nicht kannst nur du das machen ne ich kann ich auch machen ne jetzt so hast du doch so ich glaub da fehlen aber noch welche alle müssen da glaub ich nicht so noch mal den da hinten doch nehmen wir den hier komm mal mit im Video na komm auslaubschneller ha 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 im Laufbläser hä wo ist er jetzt hin ist da oben kommt jetzt so komm 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 gut 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 da hinten ist noch einer dann können wir den auch nehmen der steht ja schon genau richtig komm in die Augen komm 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 geh wieder auf das war noch nix jawoll eins noch da drehen wir da drehen wir so wo ist hier einer wie ist Trinever komisch ist ein wenig los hier mal einen suchen oder einen hinlocken oder gehts da hinten auch nochmal hä so dann nehmen wir hier ein paar mit na komm ach da sind ja schon welche die ich habe das System reingesteckt gucke mal es steckt ja steckt dann auch durch du mein Schwert wieder das rückst du das ach ja ich weiß jetzt lass mich das mal machen weil ich weiß was man da verkehrt machen kann kann man nämlich was verkehrt machen beim ersten Durchlauf habe ich das auch verkehrt gemacht aber jetzt warte mal beobachte beobachte oder ach so der Todesengel lächelt meine Seelen und ich spüre seine kalte Hand er greift die die hat sich selbst gekillt ja die hat sich selbst gekillt ja das war mit dem ersten Durchlauf auch passiert weil ich wusste das nicht mehr aber ist egal so egal genau dann ist das Tor wo da hinten war noch was irgendwie hier hinten rechts ist was grünes warte mal oh warte hier ich habe hier Rationen bei euch ja oben ist noch was grünes ich weiß nicht was das ist ein Stern ist das ach nee das ist eine Herausforderung aber das da habe ich jetzt kein Bock das brauchen wir jetzt nicht machen dauert viel zu lange warum kannst du denn nicht hier hochspringen du Idiot vielleicht eine Machete hier die Schnauze voll hier ich kann ja mit dem Vorschlag aber auch nicht springen und die Machete hier so jetzt spring mal hier hoch Mensch jawoll geht doch ja das ist Überlebenstraining dann musst du 20 Kills machen und dann hast du Bronze geschafft 40 Kills äh Silber 40 Kills äh Gold da können wir ja mal machen der hat zwar mich verarschen ich habe den halbiert trotzdem ist er noch gekrabbelt und er hat mich versucht anzugreifen ok wenn du schon da bist dann machen wir jetzt die Hauptnassnachweiger Moment aber die wollen wir jetzt erstmal abschließen jetzt werden wir wissen wie es danach weiter geht das kenne ich ja hier alles noch so jetzt muss man hier das Tor aufmachen genau genau tut mir leid Mann ich dachte das ist immer nur dein Helm auf ey du schwankst so komisch bei da solltest du lieber vorsichtig sein brauchst du auch so ein Brex? bei mir ist es dringend nein nein ich ähm erledige hier einen Job ich bin Gary und wer bist du? Nick Ramos hey kannst du mir weiterhelfen? da drin? nein nein sowas mach ich nicht nein mein Boss ist hier eine große Nummer er hilft Leuten die verzweifelt sind also ein Gauner hey werd nicht frech ich sag lieber große Nummer hört sich edler an finde ich egal ich muss da rein und für meinen Boss eine Leiche holen ich sag dir was warum warum kletterst du nicht einfach über das Dach hinein und lässt mich dann rein ich weiß wo da drin das Somprex ist eine Hand wäscht die andere warum kletterst du nicht hoch? hehehe fett waren wir wenn du das Somprex nicht willst nicht mein ja vielleicht bis später kleiner nein warte geht klar ok ich äh tu dir einen Gefallen Nick ich zeige dir einen Trick der dir einmal nützlich sein könnte ich meine es doch gut gut das geil jetzt alle auf die Zombies da drüben ok? sieh her das ist der Beste oh jo Hahaha! Schwing deinen Hintern! Ahahahahaha! Das Ding geht ständig an! Immer wenn ich gerade... Ja, Buzz? Ja... Nein, Sir! Ich... Ich... Ich klettere gerade hoch! Ich bin dran! Bin dabei! Ja, alles im Lot! Das heißt, die Zombies werden von den Westen gelenkt? Oder wie soll man sich das vorstellen? Ja... Ich mach mir da gar keine Gedanken drauf, muss ich tatsächlich sagen... Äh... Wir müssen hier... Ben uns holen... Aber ich... Drück immer auf! Falsch! Das ist normal, du! So, dann müssen wir euch da hinstellen... Wieder hoch... So... So... Mein Schwert liegt unter Maudo... So... Ich hab ne Machete, Alter! So... Kannst du dich noch ein bisschen heilen? Und das Bier! Na gut, ein Bier kann ich jetzt gut gebrauchen! Jawoll, Alter! Da ist noch ein Bier! Ist noch eins für dich gesehen! Noch über, Alter! Hahaha! Hier liegt noch eins, Alter! So! Jo! Dann... Machete! Na dann Prost! Prost! Prost, ja! So ein Stück im Kühlschrank, Alter! Die warten nur drauf! Oh, hier müssen los! So! 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 Ach, hier ist noch neue Klamotten! Da haben... Cashmere-Pulli! Hihi! Einfach hässlich! Mann, ätzend! So! Gut, ja! Lassen wir ihn mal rein! Bist du schon drin? Mach die verdammte Tür auf! Das hat schön gedauert, Nick! Oder wie du heißt! Gehen wir runter in den Kühlraum! Ja! Komm ruhig rein! Komm ruhig rein! So! Der Geh ist drin! Scheiße! Mann! Wir haben ihn weiter los! Oh je! Scheiße! Mann! Vorsicht! Vorsicht! Ausicht! Nicht unsere Beerdigung! Noch! Hier waren die Bienen! So! Königianen Becher! Hm! Boah! Muss ich nichts mehr ins Eligen Konto! Ich muss es einschmeißen, wie eine Granate! Ist das noch nenne!? Ne, der Wind, Königken, Becher, liegt da im Erden, auch da ist nichts passiert! Die Machete ist geil! Hier unten müssen wir rein, warte mal, hier krieg ich zum Kühlraum, ja, hier unten runter, wo ich bin, kommst du? Hier ist noch ein Snack, den brauche ich nicht, was ist das denn hier, aha, hier ist ein bisschen dunkel, ab da! Klopp! Tack! Gut, wir müssen die Kleine finden. Du musst dir die Namen auf den Fächern ansehen. Wir suchen nach einer Nicole White. Das soll ihr Pseudonym sein. Und mein Zombrex? Ich könnte sterben, Mann! Schön langsam! Du siehst doch gut aus! Wenn ich mutiere? Ach, okay. Ich hab eine Knarre. Na toll. So. Oh! Oh! Ich weiß gar nicht mehr wie das hier... Oh! Ach, hier ist der Schlüssel! Ich hab die Schlüssel! Befreien wir dein totes Mädchen, dann holen uns das Zombrex! Chirurgensäge! Oh! 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 Insofern tut mal etwas. Oh! 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 Ah, das sind wir verdammt. Ah ja. Disco-Hose. Disco-Hose. Ob die wir nicht haben, Alter. Oh, und jetzt noch ein Bauplan? Check, Alter. Ich bin bei Oma. Komm her und hilf mir mit dem verdammten Sachen! Oh Gott! Annie! Kennst du die Kleine? Nein. Nein, ich hab mich geirrt. Es ähnelt einer Bekannten. Okay, gut. Komm, hilf mir! Bewegen wir sie! Moment! Ich hab dir geholfen und jetzt hilfst du mir! Ich weiß nicht, Mann. Es scheint keinen Somprex mehr zu geben. Tja, dann kann ich wohl nur noch warten. Tut mir leid. Wirklich. Tut mir leid. Hey. Soll ich dich kalt machen? Dann musst du nicht leiden. Mach schnell! Schön, okay. Ich beeil mich ja. Bin gleich soweit. Oh mein Gott! Ist wohl noch gesichert. Kann ich? Kann ich mal sehen? Zeig mir die Knarre. Übrigens, gern geschehen. Machst du jetzt mal? Okay, ich mach's. Ich schieß nicht so gut. Lass mir etwas zeigen. Oh! Oh Mist. Das war die letzte Kugel. Hm. Moment mal. Sieh dir deine Wunder an. Sie heilt. Sowas hab ich echt noch nie gesehen. Was für ein Freak bist du. Ah. Ich glaub, ich weiß gar nicht, was ich bin. Du brauchst wohl auch keinen Somprex. Hm. Ist doch gut ausgegangen. Also... Ich wollte dich auch nicht erschießen. Du scheinst okay zu sein. Äh. Danke. Okay. Gehen wir. Dann hilft mir halt nicht. Okay. Hey. Da du jetzt doch nicht stirbst, musst du mir einen Gefallen tun. Du musst die Leiche zum Club von meinem Boss fahren. Dem Diamond Panty. Er ist hier in England. Ich muss was Wichtiges besorgen. Halt hör zu. Ich muss zurück zu meinen Freunden. Vielleicht kommen wir hier weg. Wir haben ein Flugzeug. Wir müssen nur noch ein paar Sachen finden. Mein Boss hat gute Verbindungen, verstehst du? Sehr gute Verbindungen. Er besorgt dir Benzin und alles, was du brauchst. Lass sie einfach im Auto und wir treffen uns im Club, okay? Los, ich muss weg. Okay, wir treffen uns dort. Ich... ich... werde da sein. Ja, Boss. Nein, ich fahre sie gerade rüber, Sir. Ja, ich bin unterwegs. Ja. Irgendwas stimmt daran nicht. Nee. Warum sollen wir das Ding jetzt fahren, denn er sagt immer, ja, ich fahre, ich fahre, ich mach dies, ich mach das, aber wir fahren das ja eigentlich. Ja, wirst du gleich, wirst du noch sehen. Wir sind nur wieder links rüber. Ja, nix verraten, das kenne ich ja noch alles. Mit Wagen musst du ein bisschen aufpassen. Ohne der umgekehrten Welt hat es gar keinen Sinn weiterzumachen. Okay, das wird die Gnade. Lassen abgegrillten! Jee-ha! Ähm. So, dann geht das wo rechts lang. Ich brauche Hilfe! Oder geradeaus, denn rechts. Ja, so. Ja. Ja, das war schon. Aber recht ist das. Ja. Hallo? Ist jemand da? Behörden zufolge werden in Quarantäne-Stationen Los Perdidos, Überlebende des Zombie-Ausbruchs erfolgreich gechippt und evakuiert. Was zum Teufel? Der Verteidigungsminister und Ex-General John Hemlock unterstrich heute, das als reine Präventivmaßnahme allen Bürgern empfohlen wird, sich unbedingt schippen zu lassen. So. Perfekt. Ja. Ja. Kann man doch sagen, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Ich beende das noch nicht. Noch nicht? Nee. Ja? Hey, Boss! Woher soll ich wissen, wo zum Teufel sich steckt? Ich hasse das Ding. Schön. Der Boss ist nicht allzu glücklich. Das ist das falsche Mädchen. Du musst mir helfen, die richtige zu finden. Ich? Ich hab dir schon geholfen. Und ich hab dir meinen Bienentrick verraten. Wir sind quitt. Warum will dein Boss jemanden so dringend finden, dass er trotz Bombe hier bleibt? Willst du hier nicht raus, Gary? Mir egal. Ich hab sowieso keinen Grund zu leben. Hör zu. Du kennst doch angeblich ein Mädchen, das so aussieht. Annie, du sagtest, ihr Name sei Annie. Vielleicht ist das das Mädchen, das er sucht. Warum bringst du sie nicht her? Und wir geben dir, was du willst. Sprit fürs Flugzeug, deine Freunde, alles. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Das ist nichts Persönliches. Oh. Na schön. Dann lass dich von der Bombe mal nicht in den Hintern treffen. Ich frag die Chefin, ob sie weiß, wo sie hin ist. Sie weiß viel über sie und ihre Verstecke. Okay. Okay. Aber lass mich nicht hängen. So, aber jetzt bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Und der ist ja, okay. Doe. Thank you. Das ist ja, okay.